Wie eng die Vektorrechnung mit der Physik verbunden ist, können wir an diesem Beispiel beobachten. Berechne die Arbeit, wenn ein Gegenstand mit der Kraft F3,4 längs des Wegvektors S10,5 bewegt wird. Schauen wir uns zunächst mal die Begriffe an. Physikalische Größe, Formelzeichen Einheit, Name der Einheit. Weg oder Strecke hat das Formelzeichen klein s, die Einheit ist Meter. Die Kraft hat das Formelzeichen Groß F, Einheit ist Großes N, Name der Einheit Newton. Und die Arbeit, Work dieses W, ist Newton Meter. Berechne den Winkel zwischen der Kraft F und dem Weg S. Die verrichtete Arbeit ist definiert als Kraft in Wegrichtung mal zurückgelegtem Weg. W ist also F mal S gleich F-Betrag mal S-Betrag mal Kusnus des eingeschlossenen Winkels. Das kennen wir ja aus der Vektorrechnung, das ist gerade das Skalarprodukt. Schauen wir uns zunächst mal an, wie groß F-Betrag ist, also der Betrag dieser Kraft. Wenn ihr mögt, versucht doch mal diese Aufgaben jetzt selbst zu lösen. F-Betrag ist Wurzel aus 3 Quadrat plus 4 Quadrat und das ist 5, in unserem Fall 5 Newton. S-Betrag ist Wurzel aus 10 Quadrat plus 5 Quadrat und das ist 11,18 Meter. W ist F mal S, also 3,4 mal 10,5. Das ist 3 mal 10, 30 plus 4 mal 5, 20, 50 Newtonmeter. Dann sollte der Winkel hier bestimmt werden. Wir stellen diese Formel nach Kosinus Alpha um. Kosinus Alpha ist F mal S durch F-Betrag mal S-Betrag. F mal S hatten wir ja gerade ausgerechnet mit 50 und F-Betrag mit 5 und S-Betrag mit 11,18. Und das gibt Kosinus Alpha von 0,8945. Dann setzen wir Umkehrfunktionen auf diese Gleichung und erhalten Alpha gleich Kosinus hoch minus 1 von diesem Wert. Und das ergibt gerade 26,56 Grad. Schauen wir mal an, was GeoGebra gemessen hat. 26,57 Grad, also ein Rundungsfehler. Berechne Fs, also die Projektion von F auf die Strecke S, also das ist ein Vektor. Und Fs-Betrag, also den Betrag von diesem Vektor. Also die Vektorkomponente von F in Wegrichtung. Kosinus Alpha ist Amtkathete durch Hypotenuse, also Fs-Betrag durch F-Betrag. Nach Fs-Betrag umgestellt, erhalten wir F-Betrag mal Kosinus Alpha. Wir setzen für F-Betrag 5 Newton ein und für Alpha den berechneten Winkel von 26,56 Grad und erhalten 4,472 Newton. Die Projektion von F auf den Vektor S hat einen kleineren Betrag. Hier hatten wir ja den Betrag 5 Newton und jetzt haben wir 4,472 Newton. Die Arbeit können wir jetzt ausrechnen, indem wir Fs-Betrag mit S-Betrag multiplizieren. Das ergibt auch 50 Newtonmeter. Dann war ja noch nach den Komponenten von Fs gefragt. Die können wir hier natürlich direkt ablesen, 4,2. Aber wenn ich das anders einstelle, dann lässt sich das nicht ohne weiteres ablesen. Deswegen zeige ich euch auch, wie man die Komponente von diesem Vektor Fs berechnet. Der Vektor Fs ist Fs-Betrag mal dem Einheitsvektor S oben Null, den Einheitsvektor vom Wegvektor. Das ist Fs-Betrag mal S durch S-Betrag. Fs-Betrag hatten wir ja gerade ausgerechnet mit 4,472 Newton. S haben wir hier den Vektor und S-Betrag haben wir 11,18 Meter. Das können wir hier zusammenfassen und dann multiplizieren wir das mit den Komponenten vom Vektor S. Das hier ergibt 0,4. 0,4 mal 10 ist 5. 0,4 mal 10 ist 4. 0,4 mal 5 ist 2. Und damit haben wir genau das gleiche Ergebnis 4,2 für diesen Vektor. Super, wenn ihr die Aufgaben selbst lösen konntet. So, wir befinden uns in Geogebraben. Wir hatten ja hier den Vektor F und den Vektor S. Die Projektion von F in Richtung S, also diesen Vektor Fs, den habe ich magenta gefärbt. Und den Winkel messe ich jetzt zwischen S und F. Jetzt habe ich ein paar Fragen an euch. Und zwar sollt ihr euch mal vorstellen, dass dieser Winkel Beta bis auf 360 Grad wächst. Was passiert dann mit Fs, also mit der Projektion des Vektors auf den Vektor S? Für eine Denkpause stoppt das Video jetzt. Ich erhöhe mal den Winkel und ihr seht, die Komponente dieses Vektors wird geringer. Bei 90 Grad, ich versuche das mal einzustellen, bei 90 Grad ist Fs 0,0, ist also Null Vektor. Das heißt, es gibt keine Komponente in Richtung des Weges. Jetzt erhöhe ich noch weiter den Winkel und da seht ihr, dass die Komponente des Vektors jetzt in der entgegengesetzten Richtung von S zeigt. Ich gehe mal auf 180 Grad. So, jetzt habe ich genau 180 Grad und dann seht ihr, dass der Vektor sein Maximum hat, aber in der entgegengesetzten Richtung von S. Er liegt auf der Geraden von S, aber in der entgegengesetzten Richtung. Dann erhöhen wir den Winkel weiter. Jetzt wird Fs wieder weniger negativ. Und hier in diesem Bereich, bei 270 Grad, haben wir wieder die gleiche Situation. Fs ist 0,0, also Null Vektor. Das heißt, es gibt keine Komponente in Wegrichtung. Bei weiterer Erhöhung habe ich wieder einen Anteil des Vektors in Wegrichtung. Jetzt fragt sich der ein oder andere ja, wie funktioniert das, dass ich hier die Kraft nach unten auch wirken lasse und trotzdem wird ein Gegenstand in dieser Richtung S bewegt. Stellt man sich hier eine Stange vor, also so einen runden Stab und einen Zylinder, der Hohl ist. Und diesen Zylinder kann ich ja dann auf diesem Stab einmal von unten bewegen und auch von oben. Und so kann man sich das vielleicht erklären. Dann erhöhe ich weiter bis 360 Grad und dann habe ich also die maximale Wirkung. Das würde ja 0 oder 360 Grad, das ist ja das Gleiche. Und dann habe ich 5 Newton in Richtung des Weges. Ich habe jetzt folgende Frage an euch. Welche Spurpunkte erzeugt Fs Strich, wenn ich F auf diesem Kreis rotieren lasse? Also den Betrag von F konstant auf 5 Newton halte. Für eine Denkpause stoppt das Video jetzt. Zunächst gehe ich auf diese drei Punkte, auf Einstellungen und wähle Spur. Ich starte die Animation. Und jetzt erzeugt dieser Punkt Spurpunkte. Die seht ihr hier. Die bewegen sich genau auf diesem Durchmesser von dem Kreis, auf dem die Spitze von F Strich sich bewegt. Was passiert, wenn ich den Vektor S auf diesem Kreis rotieren lasse? Das heißt, auch seinen Betrag konstant halte. Für eine Denkpause stoppt das Video erneut. Ich starte die Animation. Und stoppt sie. Ihr habt gesehen, dass jetzt dieser gepunktete Kreis entsteht, wenn ich diesen Vektor S, also den Wegvektor, um den Mittelpunkt rotieren lasse. Jetzt könnte man fragen, ja gut, wo ist jetzt der Mittelpunkt von diesem gepunkteten Kreis? Der liegt genau in der Mitte, also hier in der Mitte von diesem Vektor. Und der Radius ist gerade die Hälfte vom Kraftvektor. Jetzt kann ich zum Beispiel auch den Betrag von dem Kraftvektor verändern. Und dann werdet ihr sehen, die Vektoren, hier F und die Projektion von F auf S, die waren ja hier auch berechnet. Und der Winkel wird dazu immer angezeigt. Also ich verkürze mal diesen Vektor, der hat ja 5 Newton, auf 4 Newton. Das könnt ihr jetzt sehen, wie sich das verändert. Jetzt habe ich 4 Newton. Wenn ich den Vektor S jetzt wieder um den Koordinatenursprung rotieren lasse, dann entsteht ein anderer Kreis. Seht ihr diesen Kreis? Also man kann alles mögliche, kann auch diesen Kreis verändern. Das kann ich ja auch nochmal zeigen. Dazu muss ich das ein bisschen verkleinern. Und dann muss ich das hier auch verschieben. Hier wieder bewegen. Den Betrag des Wegvektors kann ich hier verändern. Den kann ich zum Beispiel auf 10 anstellen. Ja, dann habt ihr diese Situation. Dann kann ich den Punkt S wieder auf diesem Kreis rotieren lassen. Und dann seht ihr, entsteht dieser Kreis. Danke fürs Zuschauen.